So, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben sie schon mal ein ziemlich beschissenes Wetter ausgesucht, so wie es aussieht. Ja, ihr meine Guten, kommt erst mal, kommt erst mal in den Bereich hier. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufteilen hier. Was haben wir denn? Hopliden, Hopliden. Und dann haben wir Jugendliche. Mit denen können wir nur ein Quadrat machen, alles klar. Ja, so, dann machen wir euch erst mal. Auf die drei. Die mache ich wahrscheinlich mal einzeln. So, jetzt mache ich es auf die. Machen wir auf die eins. Jetzt mal auf die zwei. So. Und das Problem ist, ich weiß jetzt natürlich überhaupt nicht, von wo die kommen. Also das mit dem aufteilen muss man dann später mal machen. Ich stehe hier einfach jetzt mal hier schon hin irgendwie. Müssen wir mal gucken. Also nur das Ding zu bauen ist halt auch nicht so clever, glaube ich. Und die sind ja wahrscheinlich auch in der Lage, hier durchzulaufen. Wobei die so aufzustellen. Und dann hier nochmal. Aber das, nee, nee, nee. Ich gucke erst mal jetzt, wo die kommen und dann schaue ich mal. So hier einfach und dann muss ich mal schauen. So, unsere Boote haben wir auch noch, die dürfen wir nicht vergessen. Und die werde ich aber direkt an Land holen. Komm mal hierher, dass ihr direkt angrennt könnt. Achso. So, gefest starten. Das Dumme ist natürlich jetzt bei dem Scheißwetter. Ach, da sehen wir sie. Da sind sie, alles klar. Wird gerade sein, dass wir bei dem Scheißwetter wirklich erst sehr spät sind, wann die Feinde kommen. Okay, dann müssen wir uns jetzt hier mal ordentlich aufstellen. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Die haben halt super viel Steinschleuderer, glaube ich. Da muss man aufpassen, dass man sich aus der Reserve irgendwie locken lassen. Ich schicke euch mal. Wahrscheinlich baue ich jetzt hier eine Linie auf. Geht nicht, weil ich sie nicht bewegen kann. Klar, logisch. Geht mal hier hin. Da müssen wir beobachten, von wo die dann kommen überall. Können hier zu bauen. Oder hier zu bauen. Ich baue mal hier zu und die tue ich hier hin. Schaffen die das rechtzeitig? Dann geht das mal hier hin. So, einen Bogenschützen haben wir hier hin. So seid ihr schon da, alle. Super. Und die stelle ich hier hin. Vielleicht können wir die dann irgendwie einkesseln, wenn die hier irgendwie so lang laufen. Müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Aber ich mache jetzt einfach mal die fünf jetzt hier. Das wird interessant, Leute. Das sind auch richtig viele. Also, puh, das Verhältnis ist krass eigentlich. Ich hätte gedacht, dass das... Ja, es sind halt viele Steinschleuderer. Die zählen halt nicht so viel. Aber die können auch eklig sein. Guck mal, wie viele das sind. Den General müssen wir auch noch stellen. Oh, jetzt muss es ja schnell gehen. Rent mal ein bisschen. Stellt euch mal so hier auf. Ja, macht mal. Und dann muss ich ganz schnell Quadrat dann anmachen. Ich kann die natürlich auch hier hinschicken. Das wird eine Weile dauern. Aber wir müssen einfach so jetzt Quadrat bitte. So, da sieht das mal ganz gut aus. Tja, das ist die Frage, ob wir dann von hier noch kommen wollen. Ja, die kommen wirklich von überall. Steinschleuderer sind das hier vor allem. Die könnten wir an sich ja einfach mal angreifen mit denen jetzt hier. Das ist ja eigentlich für eine ganz gute Idee. Renn mal ein bisschen. Weil wir müssen eigentlich nicht rennen. Wir können nur einfach ein paar langs anlassen. Ich probiere es einfach mal. Die lasse ich jetzt hier stehen, die Linie. Und dann komme ich mit denen jetzt hier noch von der Seite. Die könnten auch von hinten kommen halt, ne? Gebe ich schon mal hier drauf, bitte. Was haben wir denn hier? Bürgerabwehr, Bürgerwehr, Bürgerwehr, Bürgerwehr. Okay, macht mal Verlangs an. Komm, kommen die jetzt, kommen die jetzt? Ne, nicht wirklich. Die rennen wieder weg. Okay, dann verlangt wieder aus. Schießt hier eigentlich. Schießt mal drauf hier. So, einfach von der Seite jetzt rein hier. Am besten reinstürmen. Schwerkämpfer bereit. Wir gehen einfach mal. Alter, sieht das mal ganz gut aus. Geht hier drauf, oder? Oder, 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 oder? Ja, das sind ja, die sind ja irgendwo auf Steinschleutere gewesen, dachte ich, oder? So hat eine Kavallerie, Kavallerie. Ich mache mal mit denen hier Verlangs an. Geh mal nach vorne noch ein Stück, erst mal. Und stellt euch mal ein bisschen breiter auf, bitte. Doppelte Geschwindigkeit. So. Wir dürfen doch hier drauf schießen. Wie sieht es denn hier aus? Die Schwerkämpfer erwarten eure Befehle. Drennen. Schnelles Vorrücken. Ah, das läuft erst mal richtig gut hier. Das läuft erst mal gut hier. Mit denen kann ich jetzt hier wahrscheinlich... Okay, baut euch mal schnell auf hier. Verlangs. Verlangs ist aktiviert. So, die machen jetzt auch was. Sehr gut. Also das mit der Mauer hier funktioniert erst mal ganz gut. Drauf hier. Ihr dürft auf die hier schießen. So, die kümmern sich hier rum. Die rennen jetzt auch gleich alle weg. Sehr gut. Ich mache mal Verlangs an. Wobei das auch noch Steinschalt war. Aber dann nehmen die ja ein bisschen weniger Schaden. Das kann nicht so schlecht sein. Alter, Alter, Alter. Jetzt rauf. Wir müssen noch ein bisschen gucken. Nicht, dass die uns von irgendwo noch überraschen hier. Aber bislang sieht es erst mal noch sehr gut aus. Bislang sieht es sehr gut aus, dass der General... Geh mal ein Stück nach vorne. Brennen. Nicht standhaft, bitte. Männer, ruhig. Irgendwie. Männer, wank. Wen das jetzt betroffen hat. Was haben wir denn hier? Pekingiere. Aber gut, die haben unsere auch noch zu tun. Guckt mal. Und die haben keine Verlangs an. Die jetzt aber. So. Die haben immer noch zu tun. Aber das ist auch Bürgerabwehr. So ist ein Steinschalter. Verlangs aus. Nee, baut keiner Verlangs. Hey, die war da eben noch aktiviert gewesen. Also irgendwie ist das ab und zu ein bisschen buggy. Nicht wegrennen, bitte. Dann geht das mal hier drauf und unterstützt die mal. Vielleicht fühlen die sich da ein bisschen sicherer, wenn die nicht alleine sind. Oh, jetzt rennen die weg, oder was? Dann habe ich die zu weit weggeschickt. Okay, scheiße. Und wieso wollen die jetzt flüchten? Das muss man mir wirklich mal erklären, warum die jetzt flüchten wollen. Wir sind hier absolut überlegen. Das macht nicht viel Sinn. Ja, die werden wahrscheinlich auch gleich flüchten, wenn ich hier nicht gleich Verstärkung ranhole. So, ja, scheiße. Dumm gelaufen gerade. Aber ich bin bislang der Meinung, dass ich ganz gut spiele. Und ich kann da halt ja nichts anderes machen. Ich muss die ein bisschen vorausschicken, die Steinschleudere. Sieht's denn unser General aus? Den muss man ein Stück zurückholen wieder. Mal weg hier. Ich muss mir die Speerverlangsuche anmachen. Aber dass jetzt alle flüchten plötzlich, ist super unnötig und bescheuert. Das macht überhaupt keinen Sinn, Leute. An die Generalwerte ich nicht verlieren. Wir verlieren das jetzt wahrscheinlich nur, weil die alle flüchten wollen. Ja, ich hab's verstanden. Ich mach den dann aus, Alter. Super nervig. Ihr müsst nicht flüchten, Leute. Ihr müsst nicht flüchten. Ach, das sind die Steinschleudere. Aber was machen die denn weg hier? Ja, dass die flüchten wollen, ist klar. Aber das war jetzt der einzige Fehler gewesen, fast meinung oder nacht, dass ich die Steinschleudere... Ja, die kommen weg hier. Also ganz ehrlich, Leute, die sind jetzt einfach wirklich alle abgehauen. Die Steinschleudere hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser positionieren können. Aber ansonsten fand ich, dass ich ein Verhältnis mit ganz guter Arbeit geleistet habe. Das mit der Verlangstung und so hat auch immer ganz gut funktioniert. Das haben wir verloren. Und ich bin der Meinung, dass ich nicht schlecht gespielt habe, verhältnismäßig wie ich sonst hier an mich gehalten habe. Also keine Ahnung, was man da jetzt hier machen soll. Guck mal, wie viele das noch sind. Boah, nervig, Alter. Also wie ich da überlegen sein soll vom Verhältnis her, das ist mir echt ein Rätsel. Ich meine, wenn sie vielleicht nicht alle geflüchtet wären, aber die meisten hatte ich ja wirklich zusammen gehabt und da sind einfach super viele auch in dieser Quadratformation einfach gestorben. Glorreiche Niederlage, ja großartig. Tja, haben wir Rapidna verloren. Scheiße. Das ist uncool, Leute. Aber das war ja nur unsere Garnison gewesen, also von daher... Muss man jetzt mal gucken, wie wir das lösen. Boah, ist das ärgerlich. Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Vielleicht sollten wir den doch mal in Frieden anbieten. Aber Rapidna brauche ich wieder. Ja, lass, annulliert. Ja klar, weil wir Rapidna nicht mehr haben. Armee zerstört. Äh. Scheiße. Habe ich Pergamon, wo ich ein bisschen unterschätze, wie es aussieht. Ergo, ich werde den doch erstmal nicht in Krieg erklären hier. Den guten, den hier Odessos gehört. Ich werde jetzt alles zusammenziehen. Ich erwarte eure Befehle. Ich meine, Sparta ist ja erstmal noch verhältnismäßig sicher. Ich erwarte eure Befehle. Ich werde die haben hier erstmal noch ein bisschen ausbauen. Wie kann ich euch dienen? Ja, du sollst Gauden. Irgendwie gehen wir das schon hin. Ich fand aber, dass ich nicht so schlecht gespielt habe in der Schlacht. Wundert mich das jetzt, dass ich da jetzt so auf den Sack bekommen habe. Aber vielleicht habe ich wieder irgendwie übelst viel übersehen oder irgendwas Wichtiges. Dann können wir das gerne in die Comments schreiben. So, Agent. Ich würde schon gerne Bewegungsrechts weitermachen. Die soll jetzt für uns Gauden. Wenn es denn noch was zu Gauden gibt, vielleicht folieren wir jetzt ja und kriegen sie nur noch auf die Fresse. Ich weiß es nicht. Das hat mich jetzt ein bisschen nach unten gezogen gerade, die Hinterlage. Ja, die schick man dann schon mal hier hin irgendwie. Kann ich euch noch behilflich sein? Gut. So, dich tun wir erstmal noch ein bisschen verstärken. Ich hole jetzt einfach weiter diese spartanischen Obliden. Sowieso das Beste, was wir haben. Wir haben erstmal so hier. Das erstmal keine Chance hat, sich weiter nach dort auszubreiten. Also da habe ich Pergamon wahrscheinlich doch ein bisschen unterschätzt, wieso es ist. Immer bitte weg hier. Das Feld nervt gerade ein bisschen. Ja. Das nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich das jetzt splitten muss. Ich wollte ja eigentlich erstmal das Gebiet jetzt hier einnehmen. Ich gucke jetzt erstmal. Ich hole die jetzt erstmal. Vielleicht kriegt man ja wenigstens Pergamon. Ich schicke die mal nach vorne und gucke mal, was der hier so am Start hat, der Gude. Aber Pergamon scheint mir recht unbeschützt zu sein. Vielleicht war das die letzte große Armee, die wir hier haben. Nein, war sie nicht. Hier haben wir auch noch eine. Gehört mit zu Pergamon. Da reicht diese Armee hier nicht aus. Brauchen wir ein Minimum noch die Bogenschützen. Dann könnte es klappen. Dann werde ich die Bogenschützen mal noch dazuholen. Hätte ich schon mal eher machen sollen. So, die schicken wir jetzt auf Pergamon. Ich hoffe, dass das ausreichend ist. Und es ist eh noch die Frage, ob es so cool war, hier eine reine Bogenschützenarmee zu machen. So, die haben leider nicht mehr so viel Leben. Ich werde ja trotzdem jetzt schon mal Richtung Süden schicken, dass wir uns die Rapidner wiederholen können. Zusammen mit der Armee. Das ist jetzt der Plan erstmal. Die haben halt alle nicht mehr so viel Leben. Ich muss wahrscheinlich dann eine Runde mit denen wirklich mal chillen. Oder ich chill jetzt noch. Ich chill jetzt noch mit denen eine Runde, Leute. Ich mach die jetzt erstmal voll. Hier kann erstmal nicht so viel passieren, weil wir ja auch noch die Armee haben. Und den haben wir ja auch erstmal noch gut zugesetzt. Direkter Angriff wäre jetzt halt einfach zu verfühlt. So, der da hinten losging, glaube ich. Ich neige, fast jetzt zu mir noch einen General zu holen. Das Treppnach aufstellen. Ich könnte sogar einen Staatsmann holen. Wir holen einfach mal den hier, würde ich sagen. Plus 5% Angriff starten für Einheit. Das kann man dann. Armee aufstellen. Machen wir das einfach mal. Rekrutieren. Einheit rekrutieren. Ja, das ist jetzt das Problem, weil es eine andere Provinz ist. Stimmt, das ist jetzt ungünstig. Aber es ist jetzt doch gut hier, was irgendwas zu haben. Da schicke ich den dann schon mal nach oben. Und wir werden dann doch mal schauen, dass ich hier irgendwo noch dafür sorge, dass wir hier noch eine bessere Granition bekommen. Aber hier können wir, glaube ich, schon gut was holen. Wir haben ja immerhin ein Periöckenlager. Auf Stufe 2. Und da wird ja schon einiges gehen. Können wir jetzt auch jetzt schon machen, ne? Ja. Das können die, können Quadrat, können die auch Phalanx machen zufällig. Was sind das hier? Ja, Hopliten, Phalanx, können sie. Ja, dann holen wir von denen erstmal welche. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ja, aber das ist jetzt notwendig. Also wir müssen jetzt ja noch ein bisschen aufbauen. Ich gehe jetzt ja lieber wieder auf Nummer sicher. Wir müssen uns das schnell wiederholen. Und da können wir, wenn wir die ausgebaut haben, die zwei Armeen, holen wir mit denen dann einfach das wieder. Und mit denen können wir jetzt hier dann weiter hier nördlich weiter erobern. Beziehungsweise erstmal ausruhen und so. So, dann Runde beenden, bitte. Ja, dann machen wir das jetzt mal schnell, weil das nervt ja jetzt über die Zeit. Streitkräfte, der hier. Also. Äh, Bewegungsrechte, nein. Streitkräfte, mein Streiter. Minus 10% Ausführungskosten, alle Aktionen. Was ist denn das für ein Typ? Ach, das ist unser Held. Das ist unser Held, der, ich gucke nochmal ganz kurz Effekte. Das ist der mit der Ordnung und so weiter. Ja, Bewegungsrechte bringt uns nichts. Ja, machen wir halt hier Chancen, feindlichen Agenten auszuweichen einfach. Puh, keine Ahnung. Wird schon passen, irgendwie. Äh, so, dann Runde beenden, bitte. Dann gucken wir mal. Hoffentlich kommen die jetzt nicht auf dumme Ideen und greifen und man zieht alles noch von uns an. Das wird auf jeden Fall jetzt interessant. Also das ist interessant, das ist auch das erste Mal gewesen, dass die von uns die Stadt bekommen haben. Ja, das zieht mich erstmal ein bisschen runter. Aber gut, ich setze erstmal wieder einen Cut aus, was passiert irgendwas interessantes. Also, bis gleich. Ei, 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 ei. Okay, die greifen Artinai noch nicht an, oder? Oder? Ne. Hui! Das wird interessant, Leute. Ich weiß gar nicht, ob unsere Armee, die wir in Sparta haben, dann rein theoretisch als Verstärkung Artinai antreten kann. Da bin ich mir unsicher. Ich glaube nämlich nicht. Ja, vielleicht sollte ich die dann einfach ein bisschen mittig stellen, oder so. Natürlicher Tor. Team Mantra. Team Mantra. Okay, das war unsere gute Spionin. Schade. Äh, wie so ein neues Ziel erteilt. Wieso haben wir das jetzt geschafft? Ach, wir hatten das jetzt schon komplett. Ich dachte, wir brauchen noch eine Siedlung. Alles klar, na gut, damit kann ich leben. Äh, leider haben wir jetzt nicht alle Bonusziele, aber okay. Sowas gibt es als nächstes. Perch 25 Siedlungen, entweder durch den direkten Besitz oder über Klientel. Ja, gut. Wie haben wir denn bisher? Acht. Na, das wird ewig dauern. Ja, ein bisschen ärgert mich das jetzt trotzdem. Guck mal eben. Hä? Wir haben doch Trakien noch gar nicht komplett. Also, das macht jetzt keinen Sinn. Ich hätte halt gedacht, ich muss die zwei Provinzen noch holen. Und es hieß doch Trakien oder Asia. War, glaube ich, die Hauptquest gewesen, oder? Ach nein! Die Hauptquest war gewesen mit den vielen Einheiten. Stimmt. Na gut, da kann ich jetzt aber nichts machen, weil das war jetzt notwendig. Und die haben jetzt richtig viel Geld. Also, von daher ist das gar nicht so schlecht gewesen. Das hatte ich jetzt leider verwechselt. Okay. So, was haben die denn jetzt hier vor Atenai von Aufgebot hingestellt? Na ja, guck. Also, das ist jetzt ja nicht so das Problem. So, Einheit rekrutieren. Ich hole jetzt wirklich nur diese Spartanischen Obliden, weil die saustark sind. Da können die uns mit allem am Arsch lecken. Da können die uns mit Infanterie am Arsch lecken, mit Kavallerie als auch mit irgendwelchen Fernkampfeinheiten. Die werden einfach darüber rannt. So wie Sparta halt drauf ist. Die Obliden sind auch nicht schlecht. Aber es ist wichtig, dass ich jetzt wirklich mal schnell eine Armee hochziehe. Ja, wir haben nicht mehr so viel Geld. Also, das muss jetzt... Ja, wir machen nicht mehr so viel Geld vor allem. Äh, ich werde noch mehr Obliden holen. So. Wie sieht's denn aus jetzt bei euch? Ah, das sieht gut aus. Gut, also wie gesagt, mit dem werde ich jetzt erstmal... Gucken wir mal ganz kurz. Also, entweder... Ja, doch Autosos werden wir jetzt erstmal nehmen. Schick die schon mal dahin. Gewaltmaschen aktivieren, bitte. Also, nächste Runde können wir dann erstmal noch Autosos einnehmen. Autosos, wegen dem. Wollen wir jetzt hier haben wir die? Gewaltmaschen. Ist mir egal, ob ihr müde seid. Ja, nächste Runde dürfte er hinhauen. Ist mir jetzt auch egal, wenn ich in der Grenze drin bin. Schick die jetzt einfach hier so hin. So, das hat man an sich schon mal. Nächste Runde erkläre ich denen dann den Krieg. Die haben doch keine doofen Verbündeten, oder? Hatte ich doch vorhin schon mal nachgeguckt, dachte ich. Gucken wir mal. Seid gegrüßt und nun spreche ich. Alles klar. So, und ihr meine Guten. Ihr könnt wahrscheinlich jetzt eh noch nicht angreifen. Euch schick ich schon mal hier bereit. Aber ich denke, mit denen dürften wir das hinbekommen jetzt. Dass wir Pergamon einnehmen. Und dann machen wir... Können wir noch gleich ein bisschen mehr Druck machen. Weil das sieht er bestimmt nicht gerne, dass er Pergamon verliert. Äh, so hier. Geht nicht. Dann kommt das mal an Land, bitte. Gehe an Land! Ja. Ich erwarte weitere Befehle. Können wir den Gewalt mal ausmachen und dann schon angreifen? Bis die hier da sind. Also das könnte sogar so ein Ding werden, dass wir einfach schnell erobern. Guck mal, Pergamon hat nur eine Garnison von 8. Ich stelle die mal hier hin. Und ich gucke mal, ob wir die... Wenn wir jetzt hier... Aber wir können es nicht umstellen. Gewalt mal. Okay. Nein, dann bleibt erst mal so stehen, bitte. Dann greifen wir die nächste Runde an, alles Gipfel.